Hast du genug davon, dass dein Smartphone beim Workout ständig aus der Hose fällt und kaputt geht? Wir haben dafür die perfekte Lösung. Denn heute wollen wir drei verschiedene Modelle von MP3 Player aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Maschine bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Mechen MP3 Player. Er hat einen beeindruckenden 32 plus 128 GB großen Speicher. Das reicht völlig aus, um eine riesige Musikbibliothek mit höchster Klangqualität zu speichern. Und wenn das immer noch nicht genug ist, kannst du ganz einfach eine zusätzliche Speicherkarte mit bis zu 128 GB installieren. Was mich wirklich beeindruckt hat, ist der 2,4 Zoll TFT Farbbildschirm. Schnelle und reaktionsschnelle Navigation, kein Warten, kein Ärger. Wenn du etwas anklickst, passiert es sofort. Eine Erfahrung, die du lieben wirst, wenn du dich durch deine Playlist bewegst oder andere Funktionen des Players erkundest. Dieser MP3 Player kann so viel mehr als nur Musik abspielen, Fotos ansehen, Videos abspielen, FM-Radio hören und sogar E-Books lesen. Alles auf diesem winzigen Touchscreen. Vielseitigkeit in seiner besten Form. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du den Player auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den AGP-TEK 32 GB MP3 Player. Ein hochwertiger Chip und intelligente digitale Rauschunterdrückung sorgen dafür, dass du jedes Detail deiner Lieblingstracks in all ihrer Pracht erlebst. Ehrlich gesagt, ich war überrascht, wie gut sich die realistische Klangwiedergabe anfühlt. Ein 2,4 Zoll TFT-Farbbildschirm, der nicht nur klar ist, sondern auch schön aussieht. Das gebogene Design macht das Navigieren durch deine Musikbibliothek zum Kinderspiel. Mit 32 GB internem Speicher und der Möglichkeit, eine zusätzliche 128 GB TF-Karte hinzuzufügen, hast du genug Platz für all deine Lieblingslieder. Das sind tausende von Songs in deiner Tasche. Die Touch-Taste macht die Bedienung super einfach, besonders wenn du unterwegs bist. Du kannst nicht nur Musik hören, sondern auch Radio hören, Schritte zählen, aufnehmen, Videos anschauen, E-Bücher lesen, den Wecker einstellen und noch viel mehr. Der Player ist wie ein Alleskönner für Musikliebhaber. Alle weiteren Infos zu diesem Gerät kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller und unseren Favoriten, den Surfens HiFi Bluetooth MP3 Player, vorstellen. Dieser Hi-Res Musikplayer unterstützt eine beeindruckende Bandbreite an Audioformaten. Aber das ist nicht der einzige Trick, den dieser kleine Player auf Lager hat. Wisst ihr, er ist nicht nur ein MP3 Player, er ist auch ein Dual-Richtungs-Bluetooth-Gerät. Das bedeutet, er kann nicht nur als Bluetooth-Audioquelle dienen, sondern auch als professioneller Bluetooth-Dekodierungsverstärker. Mit Unterstützung für AAC, SBC, HiBy Music, LDAC und CSR-APTX bietet er euch eine hochwertige, verlustfreie Übertragung für ein wirklich immersives HiFi-Erlebnis. Und schaut euch mal dieses Design an. Ein schlankes, kompaktes Gehäuse aus Zinklegierung, ein 3,5 Zoll IPS-Touchscreen-Panel und ein 2,5 D-gewölbtes Glasrück-Panel, das schreit förmlich nach Eleganz und Langlebigkeit. Die Bedienung ist ein Kinderspiel, dank des LPS ScrollRats, das euch eine intuitive Navigation durch eure Musikbibliothek ermöglicht. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen, wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen Bluetooth MP3-Player.